In den vergangenen Jahren hat Lemken mehr als 50 Millionen Euro in den Neu- und Ausbau der zwei Produktionsstandorte in Alpen und Haaren investiert. Investieren bedeutet für Lemken, Zukunft zu gestalten und Verantwortung für jeden einzelnen Mitarbeiter zu übernehmen. So bietet das neue Entwicklungswerk seit 2015 140 Arbeitsplätze für die Ingenieure aus Konstruktion und Elektronik. Mit seinen Investitionen stärkt Lemken eine Branche, die dazu beiträgt, die Ernährungsgrundlage der Menschheit zu sichern. Das Ergebnis sind Innovationen, die die Leistungskraft und Zufriedenheit der Landwirte und Lohnunternehmer steigern. Aller Anfang ist die Materialqualität und damit kennt sich Lemken aus. Die Qualitätsstäle sind abgestimmt auf die daraus produzierten Verschleiß- und Konstruktionsteile. Sie durchlaufen immer eine mehrstufige Qualitätskontrolle, die schon bei der Beschaffung beginnt. Dabei konzentrieren sich die Einkäufer auf hochligierte Stähle aus deutscher und westeuropäischer Produktion. Genauso wichtig die Kontrolle des Wareneingangs. Erst wenn die chemische Zusammensetzung der Stähle den speziellen Lemkenanforderungen genügt, erfolgt die Freigabe. So kommen nur Rohmaterialien höchster Qualität in den Produktionskreislauf. Lemken bietet eine konkurrenzlose Fertigungstiefe und macht dabei keine Kompromisse. Nur wenn jedes einzelne Bauteil perfekt ist, wird daraus eine überlegene Maschine. Deshalb kümmert sich Lemken so intensiv um die Fertigung der Einzelteile. Deshalb kann sich der Landwirt auf Maschinen aus dem Hause Lemken jederzeit verlassen. Erwärmen, formen, abkühlen. Drei immer weiter perfektionierte Prozesse, die aus einem Rohbauteil ein leistungsfähiges Produkt machen. Heute befindet sich die Härtetechnologie bei Lemken auf einem Niveau, das man sonst nur aus dem Automobilbau kennt. So arbeitet die neue Härte- und Umformanlage mit innengekühlten Werkzeugen. Die Bauteile werden beim Presshärten gleichmäßig abgekühlt, während sie unter Druck gehalten werden. Das Ergebnis sind Verschleißteile extrem hoher Härte bei maximaler Elastizität. Unglaublich aber wahr. An der Klebestation werden die Schnellwechselhalterungen dauerhaft mit den Duramax-Pflugkörpern verbunden. Weil die Körper dadurch ohne Bohrungen auskommen, können Duramax-Teile aus härterem Stahl gefertigt werden. Für den Landwirt resultiert daraus eine vergleichslose Verschleißdauer bei kürzeren Rüstzeiten. In einem weiteren Arbeitsgang werden die Streichbleche mit dem Schleifroboter geglättet. Die Schleifrichtung entspricht dem Fließverlauf der Erde. Dadurch sind die Bauteile auf dem Acker extrem leichtzügig. Durch die fertig eingerichteten Werkzeuge werden die Rüstzeiten der CNC-Zerspanungsmaschinen deutlich verkürzt. Jetzt, beim Bohren, Spindeln und Drehen der vergüteten Baugruppen, kommt es nicht nur auf den Tausendstel Millimeter an. Wichtig ist vor allem die Qualitätsprüfung während des Bearbeitungsprozesses. Die qualifizierte Ausbildung ist bei Lemken ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur. Die meisten der rund 60 Auszubildenden werden als Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker oder Mechatroniker ausgebildet. Sie werden von Beginn an in den Produktionsprozess integriert. Wer nach der Ausbildung bei Lemken bleiben möchte, hat gute Chancen, seine Karriere im Unternehmen zu starten. Langbettbohrzentren und Roboterschweißanlagen liefern unübertroffene Präzision und konstante Arbeitsqualität. Bei höchster Arbeitssicherheit für die Beschäftigten. Die KTL-Anlage orientiert sich an den hohen Standards der Automobilindustrie. In den Tauchbecken werden die Einzelteile mit Farbpartikeln des blauen Acryllacks absolut gleichmäßig und lückenlos bis in die Hohlräume hinein beschichtet. Selbst sechs Meter lange Rahmen haben in den Tauchbecken Platz. Für die neue Lackiertechnik wurde der Produktionsablauf komplett neu organisiert. Jetzt werden die Einzelteile der Lemkenmaschinen vor der Montage lackiert. Vorher war es umgekehrt. Das elektrochemische Verfahren der KTL-Anlage arbeitet nach modernsten ökologischen Standards. Ständig überprüfen Fachleute die Prozessparameter der unterschiedlichen Entfettungs-, Spül- und Phosphatierbecken. Denn ein dauerhafter Korrosionsschutz und Werterhalt ist das Ziel. Zum Trocknen geht es in den Durchlaufofen. Dort erhält der Lack seine besondere Härte und hohe UV-Beständigkeit bei Temperaturen von bis zu 175 Grad Celsius. Wärmeenergie, die durch den einzigartigen Energierückgewinnungskreislauf weitergenutzt wird. Zusammen mit der Lackieranlage haben wir in ein innovatives Wärmerückgewinnungssystem investiert, das in der Branche vergleichslos ist. Über Reservoirs in der Erde wird überschüssige Kälte- und Wärmeenergie aus den Produktionsanlagen einem Energiekreislauf zugeführt. Die gespeicherte Kälte und Wärme wird wiederum entnommen, sobald sie in Härterei und Lackieranlage benötigt wird. Auch die Werkhallen und andere Gebäude werden über den Wärmerückgewinnungskreislauf je nach Jahreszeit beheizt oder gekühlt. Wie bei einem lebendigen Organismus sind sämtliche Verfahrensprozesse auch energetisch miteinander verbunden. Mit dieser technologisch ausgereiften Energie-, Umwelt- und Klimastrategie blickt Lemken verantwortungsvoll in die Zukunft. Innovative Wege geht Lemken auch bei der Fließfertigung der Pflüge. Vormontierte Baugruppen können jetzt noch schneller integriert werden. Durchlaufzeiten werden verkürzt. Ein Produktionsprozess zwischen Hightech und Handarbeit. Das wird bei der Fertigung der Pflüge genauso deutlich wie bei den Kreiseleggen. Hochwertige Materialien, präzise Bearbeitung und gewissenhafte Montage. Das garantiert den verschleißarmen Lauf der Kreiseleggen. Jedes OptiDisc-Schar wird aus 50 Einzelteilen montiert. Bei einer 6 Meter breiten Drillmaschine mit 48 Doppelscheiben wird klar, wie viel Manpower Lemken in seine Maschinen investiert. Seit 2015 gibt es mit Haaren einen neuen Produktionsstandort im Emsland. Dort werden sämtliche Pflanzenschutzgeräte unter einem Dach gefertigt. Die Produktionsstätte wurde nach modernsten Standards gebaut und bietet genügend Platz für das weitere Wachstum der Pflanzenschutzsparte. Weitere globale Produktions- und Montagestandorte hat Lemken in Russland, Indien und China aufgebaut. Lemken investiert auch in die Zukunft. Denn Investitionen definieren das hohe Niveau der Produktionsstandorte und sind für Lemken immer auch ein klares Votum für die Mitarbeiter, die Umwelt und die Landwirte. Wachstum